Wie sind die äußeren Verhältnisse hier in Oberstaufen? Ja, also wir sind sehr froh, wieder hier zu sein. Für mich ist es das dritte Mal jetzt in Oberstaufen. Wir haben hier optimale Bedingungen zum Trainieren. Der Trainingsplatz ist super, unser Hotel ist auch top. Und ja, dieses Jahr haben wir auch echt Glück mit dem Wetter, weil es sind echt angenehme Temperaturen. Letztes Jahr war es ein bisschen heißer, dieses Jahr ist es echt optimal. Und ja, wir können uns hier optimal vorbereiten. Wir trainieren sehr gut, sehr intensiv. Und ich denke, wir werden hier ein ordentliches Stück vorankommen in unserer Vorbereitung. Wie integrieren sich die Neuzugänge in die Mannschaft? So ein Trainingslager ist natürlich auch immer optimal für die Integration, vor allem für die Neuzugänge. Und ich muss echt sagen, auch dieses Jahr läuft es wieder optimal. Ja, alle Neuzugänge sind sehr offen. Und ich denke, auch wir, die jetzt schon länger da sind, wir sind es auch. Und wir sind hier, ja, größten Teil der Zeit einfach zusammen. Und die Integration läuft deshalb sehr gut. Man hat viel Kontakt, man spricht viel miteinander, man lernt sich richtig kennen. Und ich muss schon sagen, so nach einer kurzen Zeit kann man da schon sagen, dass wir da schon auf einem sehr guten Weg sind und dass wir uns da alle schon wieder richtig gut verstehen. Wie kommst du mit deinem neuen Zimmernachbarn klar? Ja, es ist natürlich super. Es ist ein ganz junger Spieler, junger Nationalspieler und ein super Typ, wie die anderen aber auch. Und es ist immer wieder spannend, mit neuen Spielern zusammenzukommen und die dann auch zu integrieren. Und ich muss sagen, vor allem jetzt auch bei meinem Zimmerpartner klappt es einfach hervorragend. Aber ich glaube, auch so, was ich mitbekommen habe, bei allen anderen auch. Top. Und als letzte Frage, wie wichtig werden die zwei Partien morgen für die weitere Vorbereitung? Also die zwei Partien morgen sind natürlich schon auch für uns sehr wichtig. Wir haben jetzt auch im Trainingslager viel gearbeitet, vor allem auch im taktischen Bereich. Und da sind natürlich auch so Spiele unter ganz normalen Wettkampfbedingungen natürlich auch sehr gut. Und um das, was wir dann auch uns jetzt erarbeitet haben, was wir trainiert haben, dann auch gleich versuchen können umzusetzen. Und deshalb, ja, wir freuen uns einfach auf die zwei Spiele. Ist, glaube ich, auch so der Abschluss von unserem Trainingslager. Ja, es wird auf jeden Fall nochmal intensiv. Aber es ist auf jeden Fall, es sind die ersten Spiele in unserem Trikot, die ersten Spiele so der neuen Saison. Und ja, deshalb freuen wir uns und wird auch für den weiteren Verlauf sehr wichtig sein, weil so Spiele geben natürlich auch immer neue Erkenntnisse, was vielleicht schon gut ist und wo man vielleicht noch arbeiten muss.